Nur Kosmos. Wo ist da die Erde? Das ist beschriftet. Das ist nur die Richtige. Da. Einfach. Falsch. So. 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 Mars. In der Mitte ist die Sonne. Neptun. Und was ist das wohl? Das ist der rosa Satellit. Die Ursuppe. Schon sind wir falsch rum. So. 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 Und das. Und das. Da gibt es viel zu sehen. Hier meint man, man fliegt über die Erde. Und das. Ja, jetzt sehen wir alles spiegelverkehrt. Und das auch ein Satellit. Wo ein kleines grünes Männchen. Da sieht man allerhand. Zeichentrick. Kartoffel. Mädchen. Wurm in Kartoffel. Mäusemädchen. Mäusemädchen. Das tanzt. Jetzt kommt die kosmische 432 Megahertz Musik. Und unser Kosmos, unser Sonnsystem, wechselt vor Freude seine Farben. Kann man es auch drehen lassen. Mäusemädchen. 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 Den Strahl der Aufmerksamkeit lenken. Mäusemädchen. 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 Mäusemädchen.